Liebe Sosterinnen und Soster, auch heute darf ich Sie wieder aus dem Ratssaal über die Ergebnisse der letzten Ratssitzung informieren. Wir haben in der letzten Ratssitzung das Thema Bürgerentscheid über die Gestaltung des Marktplatzes thematisiert und das Ergebnis festgestellt. Es ist wirklich bemerkenswert, wie viele sich an der Abstimmung beteiligt haben. Da gilt mein Dank allen, die sich da beteiligt haben und natürlich eine Gratulation an die Bürgerinitiative, die das für sich erfolgreich umsetzen konnte. Ich finde ein sehr gutes Beispiel von gelebter Demokratie in unserer Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements und insofern finde ich das gut, dass wir an der Stelle jetzt da eine entsprechende Klarheit herbeigeführt haben. Das zweite wichtige Thema war die Kirmes. Die Kirmes ist ja für uns das Aushängeschild der Stadt Soest. Neben den Kirchen und der historischen Altstadt ist das ja etwas, was Soest dann überregional bekannt macht. Wir haben aufgrund der Kostenentwicklungen eine Gebührenanpassung gemacht, damit wir dann auch kostendeckend für den städtischen Haushalt die Veranstaltung durchführen. Das ist sicherlich für uns alle eine Mammutaufgabe, aber wir haben jetzt die Rahmenbedingungen geschaffen, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine erfolgreiche Kirmes durchführen können. Und ich bin mir sicher, dass wir zusammen mit den Schaustellerinnen und Schaustellern schöne Tage erleben werden. Die Weichen sind gestellt. Wir haben eine starke Kirmes, eine umsatzstarke Kirmes und insofern müssen wir auch angemessene Gebühren erheben. Und insofern hat das ja auch die Mehrheit des Rates gestern besprochen. Dann haben wir ein wichtiges Thema miteinander erörtert. Das ist die sogenannte Soester-Erklärung. Wir stellen ja fest, dass in der Gesellschaft es viel Diskussion darum geht, wie soll eigentlich der gesellschaftliche Zusammenhalt dann auch gewährleistet werden. Und ich denke, im Anbetracht der Tatsache, dass im nächsten Monat auch das Grundgesetzjubiläum hat, ist es sich nochmal wichtig, auf die Grundsätze des Grundgesetzes dann auch zu konzentrieren. Das Grundgesetz ist für uns die Leitplanken, auf die wir uns dann für unser gesellschaftliches Zusammenleben auch dann einstellen. Und insofern ist die Menschenwürde, die Toleranz, die Demokratie, das Recht auf Meinungsäußerung etwas, was unsere Gesellschaft auch trägt. Und darum gilt es, sich einzusetzen. Das ist nicht selbstverständlich. Und das haben wir in Soest auch in überragender Weise ja auch Anfang des Jahres getan. Ich lade alle ein, weiter dann auch aktiv zu sein. Und insbesondere sich auch in Parteien zu engagieren, damit wir an der Stelle auch immer wieder Menschen auch dann finden, die sich für die Gesellschaft und für das Gemeinwohl einsetzen. Und insofern haben wir eine Tradition, wo wir unter dem Motto Soestes Bund ja dafür sorgen, dass wir zusammen sind in der Stadt, um dann gemeinsam dann auch hier zu leben. Und ich denke, da haben wir auch in der Vergangenheit gezeigt, dass wir da vorbildlich sind. Ich darf Ihnen jetzt zum Wechsel in den Mai eine gute Zeit wünschen. Kommen Sie gut in den Mai rein. Genießen Sie dann die entsprechenden, sicherlich schöner werdenden Tage mit den Brückentagen, auch mit Ihrer Familie. Und in dem Sinne einen schönen Gruß aus dem Rathaus und Ihnen alles Gute. Und in dem Sinne einen schönen Gruß aus dem Rathaus und Ihnen alles Gute.